Ja, guten Abend Geschwister. Wir sind im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, das Buch vom Auszug aus Ägypten. Und mitten in den ganzen Plagen, die über Ägypten hereinbrechen und ja, es ist äußerst interessant, diese Plagen zu studieren, sich da hinein zu vertiefen und ja, Gott hat da eine Menge hineingelegt, um uns heute zu lehren und ja, es ist erstmal interessant, die Geschichte direkt in der Zeit, in der hier Gott, über die Gott hier spricht, durch Mose, aber dann eben darüber hinaus zu sehen, was sie zu sagen hat über unsere Zeit und auch über die kommende Zeit. Das Gericht über Ägypten ist sozusagen ein Musterbeispiel für das Gericht Gottes über diese Welt. Und wir sehen das dann in der Offenbarung, die Jesus Johannes gezeigt hat, wie diese Dinge sich teilweise wiederholen, beziehungsweise in noch größerer Weise über diese Welt hinein brechen werden und ja, wir werden heute auch darüber nachdenken, wenn wir zur vierten Plage kommen. Wir haben gesehen, diese zehn Plagen kann man eigentlich gut unterteilen in dreimal drei Plagen und die letzte, der letzte entscheidende Schlag in Anführungsstrichen. Diese dreimal drei Plagen, das zeigt sich einfach in der Art und Weise, wie Mose diese Plagen erzählt, wie sie ja möglicherweise auch ja unterschiedlich, wie Gott es schon so angelegt hat, in dem, wie Gott mit Mose damals gesprochen hat und mit Aaron, dass es immer zwei Plagen gibt, wo Gott Mose beauftragt, ihm ausführlich aufträgt, was er dem Pharao sagen soll und wo das ausführlich geschildert wird und dann ein zweiter Auftrag, dann tatsächlich diese Plage über Ägypten zu bringen und bei der dritten Plage jeweils wird so dieser erste Auftrag weggelassen, den Pharao zu warnen, dem Pharao das Ganze anzukündigen. Da haben wir uns letztes Mal schon mit befasst, dass wir Gott sehen in seinem Charakter, dass er das, was er tun will, ankündigt durch seine Propheten, dass er uns darauf hinweist und das hat viele verschiedene Facetten, warum er das tut. Ein wichtiger Grund ist und das wird hier in dieser Geschichte auch immer wieder aufgegriffen, Gott lässt es Mose auch dem Pharao immer wieder sagen, dass wir erkennen, dass er der Herr da ist über die Zeit und über die Geschehnisse. Die Geschehen, das was geschieht, passiert nicht einfach so durch Zufall, sondern Gott weiß darum, ja er plant Dinge, er führt Dinge aus, die er sich vorgenommen hat. So wie wir Menschen uns irgendetwas vornehmen, was wir tun wollen und dann führen wir es aus. Wenn Gott will und wir unseren Plan durchführen können. Aber wenn Gott etwas plant, dann führt er das auch durch. Und so finden wir das hier in dieser Geschichte immer wieder, dass Gott ganz deutlich zeigt, ich bin der Herr über die Geschichte. Ich bin der Herr über die Geschehnisse auf dieser Erde, weil er es hier mit einem Mächtigen zu tun hat, einem der Gewalt hat, der Macht ausübt und mit dem, der dahinter steht, dem Fürsten dieser Welt, der sich entgegenstellt und seine Macht zeigen will. Dadurch, dass er sich nicht Gottes Anordnung unterordnet, dass er Widerstand leistet und Gott widersteht. Und so muss Gott zeigen durch viele Zeichen, dass er der Herr ist. Und ja, wir gehen jetzt mal in Kapitel 8 sind wir, in diese zweite Abfolge der Plagen, also die vierte Plage, die erste der zweiten drei Plagen. Und hier kommt ein neues Element, es kommt immer wieder ein neues Element rein. Hier in dieser Dreierfolge, die jetzt kommt, gibt es neue Elemente. Das eine ist, dass ein Element mehr oder weniger wegfällt, nämlich der Hinweis darauf, dass die Wahrsagepriester dem diese Wunder des Mose nachmachen. Das kommt nicht mehr vor. Sie konnten es schon bei der dritten Plage nicht und es bleibt auch so. Sie tauchen noch einmal auf an einer bestimmten Stelle nachher am Ende dieses Dreierzyklus. Aber im Grunde tauchen die jetzt ab, haben nichts mehr zu tun in dieser ganzen Auseinandersetzung. Etwas anderes taucht dafür auf, nämlich, dass Gott in diesen Plagen einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern, dem Volk des Pharao und seinem Volk. Das werden wir gleich sehen. Gut, wir steigen mal ein. In Vers 16 geht es los mit der vierten Plage. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich morgen früh auf, tritt vor den Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und die Häuser der Ägypter werden voll von Stechfliegen sein, ja sogar der Erdboden, auf dem sie stehen. Ich werde aber an jenem Tag das Land Goshen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Und der Herr machte es so, es kamen Stechfliegen in Mengen in das Haus des Pharao und in die Häuser seiner Hofbeamten und ins ganze Land Ägypten. So wurde das Land von den Stechfliegen verheert. Der Anfang verweist auch wieder ganz deutlich auf die erste Plage. Mach dich morgen früh auf. Tritt vor den Pharao. Siehe, er wird ans Wasser hinausgehen. Genau diese Wortwahl finden wir teilweise auch bei der ersten Plage. Also es fängt dieser neue Zyklus an. Wieder am Wasser geht es los. Jesus, morgens früh soll er dem in den Kampf ziehen. Nicht den Kampf verpennen, nicht lange liegen bleiben und warten, dass man überrumpelt wird. Nein, gleich bereit sein zum Kampf. Wie Paulus sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn wir sind in einem Kampf, wir sind in einem Krieg. Mach dich morgen früh auf. Verschlafe den Kampf nicht. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, und dieses siehe, das ist mir nochmal aufgefallen, es kommt immer, bei jeder Plage, bei jeder Ankündigung einer Plage, also bei der ersten, zweiten, vierten, fünften, siebten und achten Plage, kommt dieses Siehen. Und dann wird beschrieben, was der Pharao sehen wird. Ihm wird es schon vor Augen gemalt, was passieren wird. So wie Jesus Johannes gesagt hat, komm herauf und sieh, sieh das, was kommen wird. Mach die Augen auf. Hab geistlich wache Augen. Du sollst nicht blind sein für das, was kommt. Du sollst vorbereitet sein und das ist ein anderer Grund, warum Gott ankündigt, was er tut. Damit wir, seine Kinder, vorbereitet sind auf das, was kommt. Dass es uns nicht überrascht, sondern dass wir ruhig sein können und wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen über dich. Also, Gott ist der Herr über den Pharao. Er kann Bedingungen stellen. Lass mein Volk ziehen. Wir müssen uns daran erinnern, er ist dieser Sklavenhalter. Das Volk Israel lebt im Sklavenhaus. Es ist unter Knechtschaft. Es dient dem Pharao, dem König von Ägypten und muss ihm dienen. Mit allem, was es hat. Er hat Macht über sie. Und die frohe Botschaft ist, haben wir schon mehrmals gehört. Gott ist der Herr, der sein Volk herausholt aus der Sklaverei. Aus der Knechtschaft. Aus all den falschen Bindungen, in denen wir drinstecken. Die Bindungen an den Fürsten dieser Welt. Die allermeisten werden aber sagen, ich habe doch nichts mit dem Teufel zu tun. Aber der Teufel ist nicht der, den wir, ja, wisst ihr, gebunden sein an den Teufel heißt nicht, Satanist zu sein. Oder im Okkulten gebunden zu sein. Sondern ein Knecht Satans zu sein, ein Knecht der Sünde zu sein, heißt die Sünde tun, in der Sünde leben. Heißt gebunden sein in der Sünde, heißt, dass wir nicht frei sind, das Gute zu tun. Wie Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist Gebundenheit, Unfreiheit. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, der ist wirklich frei. Also das ist die gute Botschaft. Gott ist gekommen, hat sein Volk gesehen in seinem Elend und ist gekommen, um es zu befreien. Gott hat auch sein Volk, seine Gemeinde in dieser großen Menschheit gesehen und sammelt sie. Und er ruft, alle, alle sind eingeladen, dazu zu kommen, dazu zu gehören, zu der Schar der Erlösten, die ausziehen aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten, die frei werden von all diesen Bindungen in diese Welt hinein. All diese falschen Bindungen. Wie wir gebunden sind an Dinge, an bestimmte Lebensgewohnheiten, wie wir gebunden sind an bestimmte Menschen. All diese Bindungen, die nicht gut sind, die nicht von Gott sind. Und es gibt bestimmte Bündnisse, die Gott geschaffen hat, die Gott eingesetzt hat, die Gott gegeben hat, die durch ihn Bestand haben und durch ihn auch gesegnet sind. Der Bund der Bund der Ehe zwischen Mann und Frau, der Bund, der dann daraus erwächst, der Bund der Familie, Vater und Mutter und Kinder und Kindeskinder, Großeltern. Dieses Band ist etwas, was Gott geschenkt hat und was durch ihn auch gesegnet wird. Und trotzdem kann selbst diese Bindungen können uns tatsächlich auf eine falsche Weise binden. Wenn Gott nicht in der Mitte ist, wenn Gott dieses Bündnis nicht erfüllt und segnet, dann ist das kein gesegnetes Bündnis. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Bündnis anstreben in Freiheit, als freie Kinder Gottes, uns binden aus Liebe heraus, in Treue und in Liebe zu unserem Herrn. Ja sagen und unserem Ehepartner, unseren Familienmitgliedern dienen aus der Liebe Gottes heraus, in aller Freiheit. Gott die Ehre, Gott zuerst. Aber diese Bindungen in der Welt, der Pharao, er hält das Volk gefangen, sodass es Gott nicht dienen kann. Und das ist eine finstere Bindung. Wenn wir gebunden sind und nicht frei sind, Gott in der Weise zu dienen, wie wir ihm dienen sollen, ihn nämlich verherrlichen mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein. Wenn wir in Bindungen mit Menschen stecken, die uns daran hindern, dann ist es eine finstere Bindung, die Gott lösen will, wo Gott Befreiung schenken möchte. Und er sagt zu dem, der gefangen hält, zu Satan am Ende, sagt er, gib frei, lass los, lass los. Wenn du nicht loslässt, dann kommt diese Plage über dich, die Stechfliegen. Ich weiß nicht, was für Fliegen hier gemeint sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese furchtbaren Bremsen oder so sind. In Österreich, wenn du im Wasser warst, am Steg, dann flogen diese Viecher manchmal da so rum und du bist eigentlich ins Wasser gesprungen, du bist geschwommen, bist rausgekommen und die haben sich sofort irgendwie auf deine nasse Haut gesetzt. Du hast das gar nicht gemerkt und die ließen sich nicht abschütteln. Die haben sich da so richtig festgekrallt und dann haben sie sich gebissen und das tut so weh, dass diese... Also eine furchtbare Plage, wie das Wort Plage sagt, eine Fliegenplage, furchtbar. Und dann kommt aber dieser entscheidende Punkt. Ich werde aber an jenem Tag des Land Goshen, in dem sich mein Volk auffällt, besonders behandeln. Noch bevor die Befreiung kommt, das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt wird, fängt das Gericht schon an. Das Gericht kommt über Ägypten. Aber das Volk wird bewahrt bleiben. Denn, so sagt Paulus, und das können wir nochmal aufschlagen, im ersten Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 1. Ne, 1. Thessalonicher 5, entschuldigt bitte. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Wunderbarer Vers hier, wunderbare Verse, gut zum Auswendiglernen, sagt uns, zeigt uns das Wesen, den Charakter Gottes, seine Liebe zu uns. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Und mit dem Wort Zorn ist hier gemeint, der Zorn, der über die Erde kommen wird, das Gericht Gottes, was über den Satan und alle, die ihm dienen, die ihm angehören, über sie kommen wird. Gott hat uns nicht zu diesem Zorn bestimmt. Wir sollen diesen Zorn nicht erleben und erfahren, so wie es bei in Sodom war. Abraham hat gebetet, es kann doch nicht sein, Gott, dass du den Gerechten mit dem Ungerechten vertilgst, dass dein Zorn unterschiedslos den Gerechten und den Ungerechten trifft. Dann sagt Gott, natürlich nicht, würde ich nie machen. Und dann zeigt er seine große Gnade in diesem Ringen Abrahams im Gebet, zeigt Gott seine große Gnade, dass er sagt, selbst wenn da so eine große Stadt ist, die voller Sünder ist, aber ich finde nur zehn Gerechte, dann werde ich die Stadt verschonen. Ich werde meinen Zorn nicht auf sie ausgießen. Ich werde sie bewahren. So wird uns auch gezeigt, dass Gott diese Welt, so wie sie jetzt ist, so wie sie heute ist, mit ihren Milliarden Menschen, die in der Sünde leben, unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Dass Gott gnädig ist und sagt, um der gerechten Willen in dieser Welt gieße ich meinen Zorn nicht aus, denn meine Kinder habe ich nicht zum Zorn bestimmt, dass der Zorn, mein Zorn auf sie ausgegossen wird, dass meine Plagen über sie kommen. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Die Strafe liegt auf wem? Auf Jesus, damit wir Frieden haben. Das ist das Evangelium und das ist die Wahrheit. Gott wartet mit seinem Gericht. Es ist noch nicht der Tag gekommen. Und das, was wir sehen, ist, dass er bewahrt. Er bewahrt Israel. Das Gericht hat schon angefangen und er bewahrt Israel. Jetzt meinen einige Ausleger, ja, das ist ja, es gibt ja dieser Streit darum, wie wird das mit der Entrückung sein? Wird denn erst die Entrückung sein, von der Paulus in 1. Thessalonicher 4 spricht, hier ein paar Verse vorher, er spricht er davon, dass wir, die wir bei der Ankunft unseres Herrn noch leben, dass wir entrückt werden und dass die Toten in Christus auferstehen werden, in die Luft dem Herrn entgegen und alle Zeit mit ihm und bei ihm sein werden. Manche sagen, wenn wir die zehn Plagen betrachten, dass es da ja anders ist. Die Israeliten wurden auch bewahrt vor dem Zorn Gottes, aber sie waren in Ägypten. Sie waren halt nur im Land Gurschen. Jetzt möchte ich dazu auch noch mal ein paar Verse in Offenbarung lesen, Offenbarung 12. In Offenbarung 12 wird Johannes ein großes Zeichen im Himmel gezeigt. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond, war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner auf seinen Köpfen und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte. 1.260 Tage. Sehr rätselhaft, diese ganze Geschichte. Und ich will jetzt auch nicht in alle Einzelheiten und alle Details gehen. Und da kann man sich natürlich auch im Einzelnen darüber streiten, was das jetzt alles im Einzelnen zu bedeuten hat. Aber es gibt Dinge, die glasklar sind. Das Erste, der Sohn, der hier geboren wird, von ihm wird gesagt, dass er alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Das ist eine eindeutige Zuweisung, dass hier geht es um Jesus. Hier geht es um den Christus. Das bezieht sich, das hier ist ein Zitat auch aus Psalm 2, was dann eindeutig auch auf Jesus bezogen wird und auf alle die, die in ihm sind. In Christus. Wir sind durch den Glauben, sind wir in Christus. Wir sind sein Leib. Wir werden mit ihm herrschen. Es ist also Christus, der hier geboren wird, inklusive seiner Gemeinde. Wer ist es aber, der dieses Kind gebiert und der dann bewahrt wird? Wer ist diese Frau? Fragezeichen. Wer der Drache ist, wissen wir auch. Einige Verse später wird uns ganz klar von Johannes gesagt, dieser Drache ist die alte Schlange, ist der Satan. Also dieses Geschehen, was uns hier gezeigt wird, auf sehr hoch symbolische Art und Weise, ist tatsächlich auch ein geistliches, eine geistliche Erscheinung, ein geistliches Phänomen. Da ist also der Sohn Gottes, der verfolgt wird. Ganz ruhig Axel. Wird schon, wird schon, wird schon. Entspann dich. Gut, okay, machen wir weiter. Tja, das kann ja nicht wahr sein. Dem musst du mal was sagen. Den darfst du mal zum Gottesdienst einladen, Axel. Okay, also, der Drache verfolgt Jesus. Er möchte nicht, dass der Retter der Welt in die Welt hineingeboren wird. Er hat ihn verfolgt, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und es fängt schon im Garten Eden an, da wird uns gesagt, ja, die Schlange, sie ist immer dabei, um in die Ferse zu beißen, dem Nachkommen, dem Samen der Frau, dem Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs, immer in die Ferse. Auch, wir haben auch gesehen, die Verfolgung Pharaos, der jüdischen Jungen, der hebräischen Jungen, auch ein Teil dieser Verfolgung, wo der Drache versucht, diesen Jungen auszulöschen, der da kommt, den, der die Herrschaft haben wird, dem Ebenbild des lebendigen Gottes, der die Menschheit wieder zurückführt zu dem, was sie eigentlich ist, nämlich Kinder Gottes zu sein, Ebenbild Gottes zu sein. Wer ist nun diese Frau? Ich denke, es ist sehr gut oder sehr deutlich und sehr klar, dass mit dieser Frau hier tatsächlich das Volk Israel gemeint ist, aus dem heraus der Messias geboren wurde. Das Heil ist aus den Juden, sagt Jesus selber. Diese Frau, die dann in der Wüste einen Ort findet, in dieser Bedrängniszeit, von der Johannes spricht, in den letzten sieben Jahren, für die zweite Hälfte der besonderen Bedrängniszeit, wo der Zorn Gottes tatsächlich ausgegossen wird in vollständiger Weise, wie es dann in Kapitel 16 von Offenbarung zu sehen ist und gerade in diesem Offenbarung 16 Teil mit den siebenden Zorneschalen sehen wir viele Parallelen zu den Plagen, zu den zehn Plagen. Wer wird hier also bewahrt, in Goschen sozusagen, in der Wüste? Israel. So ist es für mich trotzdem klar, dass hier dieses Argument von den zehn Plagen und der Bewahrung Israels, seines Volkes, das spricht für mich noch nicht dafür, zu sagen, nein, die Entrückung, die wird irgendwie später stattfinden oder wie auch immer. Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe ganz klar, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt und sein Wort ist klar, dass er seine Gemeinde entrücken will, zu sich in den Himmel, um dann mit seiner Gemeinde zusammen sichtbar auf die Erde zu kommen, am Ende der sieben Bedrängnisjahre. Wie gesagt, aber das Wunderbare in dieser kleinen Passage hier und das ist nicht nur einmal, es kommt dann mehrmals vor in den folgenden Plagen, dass Gott sein Volk bewahrt, dass Gott sein Volk schützt. Wie wir es im Psalm 91 lesen, der Herr schützt uns, er sendet seine Engel, um uns zu beschützen. Unser lieber Bruder Bill, er ist unterwegs gewesen, auf irgendeiner Konferenz wahrscheinlich in Amerika, kommt nach Hause und sein ganzer Garten, der hat da riesige Bäume stehen, die sind alle umgeknickt von einem riesigen Sturm, der da gewütet hat. Und er hat nur so ein kleines, schwächliches Holzhäuschen. Aber ich habe jetzt diese Fotos gesehen, die sind alle, diese Bäume sind alle so irgendwie so abgeknickt und das Haus ist völlig unversehrt geblieben. Er hat jetzt große Probleme, er muss jetzt irgendwie gucken, wie er diese Bäume da runterkriegt. Aber sein Haus ist heil geblieben. Er hat mir heute geschrieben, wenn die Entrückung kommt und wir im Himmel sind, dann werde ich mir die Engel suchen, die die Hand darüber gehalten haben und werde denen einen speziellen Dank ausrichten. Gott bewahrt uns durch seine Engel so oft, so immer und immer wieder. Und wir sind, wie wir das in den Sprüchen immer wieder lesen, ja, als solche, die dem Herrn folgen, die dem Herrn vertrauen, haben wir so viele Segnungen, die die Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht vertrauen, die Gott nicht lieben. Wir haben so viele Segnungen, die sie nicht haben. Und lasst uns das nicht vergessen und lasst uns auch nicht irgendwie, ja, in so ein falsches Denken hineinkommen. Wisst ihr, ja, es ist so, wir werden auch krank. Wir sterben auch. Wir haben auch Unfälle. Uns begegnen auch alle mögliche Formen von Leid. Wir werden auch ausgeraubt und dies und das. Aber dennoch ist es wahr, Gott bewahrt uns vielfältig. Er bewahrt uns vor allen Dingen vor der Straf, der gerechten Strafe. Gott ist nicht so, dass er uns sozusagen, wie soll man das, spoilt, also hier so verwöhnt. Gott verwöhnt seine Kinder nicht. Nein, er erzieht uns und dazu gehört, dass wir auch durch bestimmte Dinge hindurch gehen, durch die auch die Menschen in dieser Welt gehen. Und wir haben gesehen, bei den Plagen vorher war es nicht so, dass Israel ausgenommen wurde. Die hatten auch mit den Fröschen zu tun. Die hatten auch mit den Mücken zu tun. Aber jetzt hat Gott mal ein besonderes Zeichen gesetzt. Und zwar erklärt er das ja auch hier. Er sagt, ich werde einen Unterschied machen, sodass dort keine Stechfliegen sein wird, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Und das ist der Punkt, wo vielleicht dein Nachbar auf dich zukommt und sagt, hey, was ist mit dir los? Warum bist du so gesegnet? Warum hast du so viel Frieden in dieser schwierigen Zeit? Wo nimmst du dieses Vertrauen her, diese Zuversicht? Wo kommt dieser Friede her? Wo kommt deine Freundlichkeit her? Warum behandelst du den Nachbarn, der so grießgrimmig ist und so fies immer? Warum behandelst du den immer noch so freundlich? Diese Fragen, die stellen manchmal Menschen, die uns beobachten. Und sie beobachten uns. Und dann ist es, damit du erkennst, dass der Herr mitten im Land lebt, in seinen Kindern. Gott ist da. Du kannst es sehen an seinen Kindern. Sie sind gesegnet. Sie sind beschützt. Sie sind bewahrt. Vers 21. Da rief der Pharao Mose und Aaron und sagte, geht hin und opfert eurem Gott hier im Land. Hier finden wir einen Verhandlungsversuch. Der Pharao hatte schon bei der zweiten Plage, weil er davon so überwältigt wurde, von dieser Fröscheplage ist sein Herz irgendwie einen Moment lang in der Verunsicherung, in dem Leiden schwach geworden, sodass er tatsächlich Mose darum gebeten hat, für ihn zu beten und für das Land zu beten, dass die Fröscheplage aufhört. Und er hat auch da die Zusage gemacht, ja, wenn ihr für mich bettet, dann lasse ich euch ziehen. Wie man sich so hinreißen lässt, wenn man in der Not ist und dann irgendwelche Versprechungen macht, die man dann hinterher nicht einhält. Hier also der zweite Versuch des Pharao, mitten in dieser stechfliegen Plage, es ist so grausam, es ist so schlimm, er versucht irgendwie einen Weg zu finden. Er bietet etwas an. Hey, wie ist es? Ihr könnt ja auch hier im Land opfern. Ihr könnt auch hier auch im Land Gott dienen. Ihr müsst doch gar nicht außer Landes gehen. Du kannst doch Gott auch dienen, wenn du in bestimmten Bindungen lebst. ich sag euch, wenn Gott uns ruft und er möchte uns ganz haben, er möchte unser Herz ganz haben, er möchte, dass dein Leben als Opfer, als lebendiges Opfer auf dem Altar ist. Das ist der logische, der vernünftige Gottesdienst. nicht ein Teil deines Lebens immer noch in Bindung drin und mit dem anderen Teil dienst du ihm schon. Nein, er will dich ganz haben. Und das ist auch sein Gebot gewesen. Ihr sollt rausgehen aus Ägypten. Draußen, außerhalb von Ägypten, da könnt ihr mir dienen. Wenn ihr rausgekommen seid aus dem Sklavenhaus, dann könnt ihr mir dienen. Aber nicht, wenn ihr noch da drin seid. Es funktioniert nicht. Mose erwiderte, es ist nicht stadthaft, es zu tun, denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was den Ägyptern ein Gräuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter opferten, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns dann nicht steinigen. Drei Tage reiseweit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns befiehlt. Guck mal, wie fest Mose festhält an dem Gebot Gottes, an dem Wort Gottes. Nicht davon weicht. Wie Paulus gesagt hat, ihr seid gesegnet, ihr seid sicher, wenn ihr das, was ich euch überliefert habe, festhaltet, so wie ich es euch gegeben habe. Wenn ihr anfangt, da Abstriche zu machen, dann lasst ihr euch auf faule Kompromisse mit dem Widersacher ein. Und ihr denkt, ihr tut Gott einen Dienst, aber ihr tut ihn nicht wirklich. Gott will uns ganz haben für den Dienst, nicht nur halb, auch nicht drei Viertel, ganz. Und Mose ist klug wie eine Schlange. Er argumentiert nicht nur mit der Verpflichtung, Gott gehorsam zu sein, seinem Wort ganz gehorsam zu sein, sondern er versucht auch ein Argument zu finden, was beim Pharao vielleicht zieht. Ja, die Art und Weise, wie wir opfern, sie waren ja sowieso als Viehhirten irgendwie, den Ägyptern ein Gräuel und dann ihre Schlachtopfer. Irgendwie scheint das hier ein Argument gewesen zu sein, was den Pharao vielleicht günstig stimmen konnte. Und es hat tatsächlich auch etwas gebracht, denn der Pharao besteht nicht auf sein Kompromissangebot. Er sagt tatsächlich, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert. Also diese Zusage, ja, er hat jetzt zugesagt. Sie dürfen gehen. Jetzt ist es endlich. Es war auch höchste Zeit, diese furchtbaren Plagen, Wasser in Blut verwandelt, Frösche, dann diese furchtbare Mückenplage und zu allem Übel jetzt auch noch diese furchtbare Stechfliegenplage. Endlich können wir gehen. Endlich können wir ziehen. Endlich hat es ein Ende. Nur entfernt euch nicht so weit. Mach nicht zu doll Schluss mit der Sünde. Lass dir immer noch ein Hintertürchen offen. Betet für mich. Wieder hier. Soweit geht die Demut Pharaos, sich helfen zu lassen in der großen Not. Mose antwortete, siehe, wenn ich von dir hinausgegangen bin, will ich zum Herrn beten und morgen werden die Stechfliegen vom Pharao, von seinem Hofbanden und von seinem Volk weichen. Nur möge der Pharao uns nicht noch einmal täuschen, sodass er das Volk nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn opfert. Mose hat schon einmal eine schlechte Erfahrung mit dem Pharao gemacht. Er hat für ihn gebetet. Der Pharao hat zugesagt, dass er sie ziehen lässt und er hat es nicht gemacht. Und Mose hält ihm das vor. Er sagt die Wahrheit. Wisst ihr, Menschen zu dienen, die böse sind, ihnen Gutes zu tun, für sie zu bitten, heißt nicht, lieb und nett zu sein und nichts zu sagen, was sie irgendwie vielleicht irgendwie aufbringen könnte. die Wahrheit zu verschweigen. Nein, die Wahrheit muss auch manchmal gesagt werden. Es muss deutlich gemacht werden. So wie Jesus im Garten Gethsemane, als er gefangen genommen wurde, er hat sich gefangen nehmen lassen. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat dem Petrus gesagt, steck dein Schwert weg. Wir kämpfen hier nicht. Er ist aber nicht weggelaufen, sondern ist stehen geblieben, hat sich gefangen nehmen lassen. Aber was hat er gemacht? Er hat die Wahrheit bekannt und hat gesagt, warum macht ihr das hier? Warum behandelt ihr mich wie einen Räuber? Wie einen Straftäter? Ich bin doch täglich im Tempel gewesen, habe dort gelehrt. Da habt ihr nichts gemacht, nichts gesagt. Aber das ist jetzt eure Stunde, die Zeit der Finsternis. So sagt Mose auch und bekennt dem Pharao gegenüber, hey, du bist ein Trickser. Du hast schon einmal getrickst, trickst nicht nochmal. Und wir sehen, wie die Gnade Gottes hier eigentlich um diesen Menschen ringt, wo uns immer wieder gesagt wird, Gott hat einen Plan, er verhärtet das Herz des Pharao, dass er am Ende dann richtig vor die Wand fährt. Aber wir sehen in dem ganzen Prozess immer wieder, dass Gott auch und Mose Zeichen sendet, der Gnade, der Barmherzigkeit, des Entgegenkommens, die Möglichkeit umzukehren, selbst für so einen harten Hund wie den Pharao. In seiner großen Not fragt er nach Gebet und Mose sagt nicht, nein, für dich bete ich nicht. Niemals. Zu keiner Situation während dieser zehn Plagen. Viermal fragt Pharao, bittet Pharao um Gebet und viermal betet Mose für den Pharao und für Ägypten. Er ist nicht hart. Er ist nicht bitter. Bei Mose kein Sklaventreiber ist. Er ist nicht der Herr eines Sklavenhauses. Und sein Herr ist auch nicht der Herr eines Sklavenhauses. Wir sind freie Diener Gottes. Darauf ging Mose vom Pharao hinaus und betete zum Herrn. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Hofbeamten und von seinem Volk. Nicht eine blieb übrig. Das ist der Herr. Das ist sein Charakter. Er sendet die Strafe, aber auf die Fürbitte seines Volkes hin, seiner Diener. Nimmt er die Strafe weg von denen, die sie verdient haben. Wir haben das schon letztes Mal gesehen, was für ein Vorrecht das ist, dass wir diesen Dienst haben, dass wir Priester sein dürfen. In unserem eigenen Haus, in unserer Gemeinde, aneinander als Geschwister. Aber darüber hinaus auch in dieser Welt, in unserer Nachbarschaft. Wer betet sonst für deine Nachbarn? Wer betet für sie, wenn sie schwer krank werden? Wer betet für sie, wenn sie in große Nöte geraten? Wenn sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen? Wenn ihr Lebenskartenhaus, was sie sich aufgebaut haben, zusammenbricht? Wenn die Konsequenz ihrer Sünde sie trifft, wenn die Strafe kommt, wer tritt für sie ein? Wir sind es. Wir können es tun. Und Gott hört unser Gebet und es gnädigt denen, die verloren sind. Heilt sie, richtet sie wieder auf. Ihnen zum Zeugnis, dass Gott lebendig in dieser Welt zu finden ist. Dass er wirkt in und durch seine Kinder. Und dann kommt dieser harte Vers 28, wo man denkt, wenn man das zum ersten Mal liest, könnte man ja denken, aber jetzt ist doch der Punkt erreicht, wo er auch zu seinem Wort steht, wo er sagt, okay, das zweite Mal schon, dass ihr für mich gebetet habt, obwohl ich es nicht verdient habe. Das zweite Mal, dass Gott sich so stark erwiesen hat, dass all diese Wunder, die ich schon gesehen habe, Gott ist der Herr, Gott ist mächtig, ich muss mich beugen, ja natürlich, lasse ich euch ziehen, damit ihr eurem Gott dient. Aber nein, der Pharao verstockte sein Herz, auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Es gibt einen Psalm 95, Psalm 95, ein wunderbarer Psalm, der uns unheimlich viel über die Anbetung Gottes lehrt und er zeigt uns das Volk Gottes in der Anbetung in Vers 7, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Ja, dieses Volk, was erlöst wurde aus Ägypten, befreit, heraus aus dem Sklavenhaus, heraus aus der Sklavenherrschaft. Wie geht es weiter nach dieser wunderbaren Anbetungszeit? Ein prophetisches Wort. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herz nicht. Wie zu Meribah, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. dieses Volk, was erlöst wurde, befreit wurde aus dem Sklavenhaus, sie haben ihr Herz verhärtet, Gott gegenüber, so dass Gott sie ja Ekel vor ihnen empfand. Sie haben ihr Herz verhärtet, aber dieser Psalm geht an eine neue Generation von Juden, an eine neue Generation von Gläubigen und sagt ihnen, hier, ihr, die ihr den Herrn anbetet, die ihr ihn liebt, verhärtet eure Herzen nicht, wie das Volk damals. Werdet nicht dem Pharao gleich. Das ist es. Deswegen hat Gott ein Gebot gegeben, als sie aus Israel ausgezogen sind. Eins der zehn Gebote lautet, du sollst deinen Sklaven die Freiheit geben, alle sieben Tage soll dein Sklave frei sein am Sabbat. Halte den Sabbat Tag, du und dein Knecht, weil du selber Knecht in Ägypten gewesen bist, 5. Mose 5, weil du selber Knecht in Ägypten bist, sollst du auch deinen Knecht freigeben, freilassen, alle sieben Tage. Es soll ein Geschmack des Himmels für den Sklaven sein, für den Diener sein. Wenn du das nicht tust, dann hast du wohl vergessen, dass du selber Sklave warst und ich dich freigemacht habe. Wenn wir unser Herz verhärten, dann geht es darum, dass wir harten Herzens gegenüber unserem Nächsten sind. Dass wir jemanden aus der Bindung nicht entlassen und es geht dabei oft um Vergebung, um Schuld, dass wir nicht bereit sind zu vergeben, loszulassen. Vergebung heißt loslassen, aus der Bindung entlassen. Verhärte dein Herz nicht, werde nicht dem Pharao gleich, lass Gottes Volk ziehen, lass die Menschen los, die du in Bindung hältst, in welcher Form auch immer, Menschen, die du festhältst, wie gesagt, aus Zorn, aus Bitterkeit, Menschen, die du vielleicht aber auch festhältst aus Angst, lass sie los, lass sie frei. Menschen, die du festhältst, weil du dir einen Gewinn davon versprichst, wie das für den Pharao war. Menschen, wie gesagt, die du festhältst oder die du argwöhnlich beäugst, weil du empfindest, sie könnten zur Gefahr für dich werden. Lass all die Menschen los, lass sie frei, sodass sie freie Menschen Gottes werden können. Bring ihnen das Evangelium in Wort und Tat die frohe Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, um ihnen die Freiheit zu bringen, die Freiheit von der Sünde, die Freiheit von dem ewigen Verderben, die Freiheit aber auch von der Herrschaft Satans, die Freiheit der Kinder Gottes. Verhärte dein Herz nicht, sondern lass los, lass frei. Und das ist es, wo es auch Paulus darum geht, wenn es um das Abendmahl geht, er sagt, wartet aufeinander, erhebt euch nicht einer gegen den anderen, nein, achtet den anderen höher als euch selbst. Und damit ist nicht dein Nächster, dein Nachbar gemeint, sondern du, du selbst. 1. Korinther 11 sagt Paulus Vers 17, wenn ich aber folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Spaltungen ist ein Ausdruck dieses fleischlichen Wesens, Trennung hineinzubringen, Zwischengeschwister, Vorlieben zu haben. Das sind meine Freunde, das sind meine Feinde, das sind die Guten, das sind die Blöden in der Gemeinde, das sind die wahren Christen und das sind die Unterchristen. Du sollst keine Spaltung reinbringen Thomas. sonst keine Spaltung reinbringen. Es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Damit meint er nicht, die Bewährten sollten sich mal schön zusammentun und die anderen ausschließen. Nein, anders wird ein Schuh draus. In dem Moment, wo diese fleischlichen Spaltereien stattfinden, da werden die offenbar die Gemeinschaft in Christus suchen. die den Frieden suchen, die darum ringen, um die Liebe, dass die Liebe regiert und siegt in der Gemeinde. Die Bewährten werden offenbar. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. nach dem fragen, nach dem fragen, was dem anderen dient, was dem anderen aufhebt und stärkt. Nicht einander verachten, aufeinander herabsehen, sondern einander wertschätzen, einander entgegenkommen, aufeinander warten. Das ist der Geist, in dem wir das Abendmahl feiern sollen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was auch ich euch überliefert habe. Ja, lasst uns das jetzt machen, lasst uns doch das Abendmahl nehmen. Wir teilen das jetzt aus und lasst uns aufeinander warten und es dann zusammen nehmen. Okay.